Ich freue mich heute mit euch ein bisschen Yoga zu machen und ich schülle euch, ob ein Reis mit. Für dich zu beginnen, Yoga für ein Morgen zu suchen, bring mir ein Hand bei das Herz. Voilà, genau so. Und dann zogen wir Namaste und wir beenden uns auf Bussen noch vier. Mein Mann hat das Loh alles zusammen. Wir zielen bis drei und dann auf drei zogen wir Namaste. Alle, wir fangen ein, zwei, drei, Namaste und wir beenden uns ganze Bussen noch vier. Super. Loh fangen wir ein Reis an und ein Reis fängt an am Bett. Wir lehnen uns hin, ab den Boden, wir strecken ein Bein, wir strecken ein Arm und wir fahren in ganz komfortable Position. Loh fangen wir uns an und so und wir spüren unseren ganzen Körper wie den Hain und den Boden. Wir spüren unser Feis, unser Bein, unseren Hörner, vielleicht den Reck, Schöllerin, Derm, den Kopf. Loh fangen wir an und so weiter an und aus. Und dann fangen wir an und ein bisschen wäcker zu gehen. Wir stellen uns wirklich vor, wir sind am Bett und wir sind gerade recht wäcker zu gehen und wir fangen an uns zu strecken. Wir strecken unser Arm, wir strecken unser Bein, wir machen uns ganz lang und groß. Und dann bringen wir ein Bein an und ein Arm, ob wir reisen. Und wir bringen unser Körper in Form von einem Croissant. Da heißt es, wir bleiben heute nach einer Atmung. Wir atmen an und wir atmen aus. Und dann bringen wir ein Bein, nächstes Reck, an den Zentrum. Und dann bringen wir ein Bein nur längs und der Arm nur reisen. Und dann bringen wir den Körper in Form von einem Croissant oder von einer Banane. Wir holen eine Atmung an und aus. Super. Wir bringen unser Bein an und unser Arm zurück und mit. Und wir strecken unser Nachhine, lässt die Keine, für und dass wir abstehen. Super. Okay. Wir stehen ab und setzen uns hin und, was wir nennen, am Yoga, ein Schneidersitz. Der Tisch, wir kreizen ein Bein. Super. Von hier, wir sind besser, wir wäcker, wir nicht so ganz. Der Tisch, wir holen nur noch ungefähr drei, ganz fünf Atmungen an. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir den Wert gabsen. Okay? Wir atmen an. Und wir atmen aus durch den Mund. Vielleicht gab es mal sogar. Und nachher, wir strecken uns eher. Wir atmen an. Wir strecken aus. Und wir atmen aus durch den Mund. Und wir lassen den Arm fallen. Nachher, wir atmen an. Wir strecken aus. Und wir atmen aus durch den Mund. Und wir strecken aus. Und wir fangen schon besser weg zu gehen. Und dann kommen wir auf ein Schneiden. Wir müssen uns noch besser strecken. Und wenn wir 400 Tres wirklich losgehen. Wir strecken ein Arm. Wir machen uns ganz, ganz groß. Und du willst den Bauch anzüften. So besser, nur vier strecken. Wir gucken noch ab. Und dann atmen wir aus. Wir rechen den Arm auf den Boden. Und der Kopf. Tipptopp. Nachher. Wir atmen an. Wir strecken ein. Wir strecken ein. Wir strecken eins mehr. Und weiter. S Ally. Bringen uns das Arm an der Kopf auf den Boden. In ganz Kräft. Und das wird ja abgeht. So machen wir diese Nachựf. Wir strecken das. Wir strecken der Kle House. Und jetzt strecken das depois. Ich verspreche ein neun. Und ich bringen die Arm an der Kopf auf den Boden. So Netz geht einfach nachmotherfamin. Und hierérést discussed. Und wir strecken deren Marx nur noch vier. So, hier sind wir wäckerisch, aber hier muss man noch ein bisschen was essen. Wir strecken ein Bein und machen einen guten Schmier. Ich will jedem mal, was er gerne hört, ob er schmiert. Fleisch, Butter, Nutella, Gebäß oder Käse. Und hier drehen wir uns noch jetzt. Wir gucken immer an die Schölle und holen Fleisch, oder was auch immer ihr wollt. Okay, wir holen hier etwas an der Hand und hier schmieren wir ein Schmier. Von oben bis innen. Super! Okay, was machen wir denn noch, ob ein Schmier? Noch etwas. Hier drehen wir uns noch längs, okay? Wir gucken immer ein Länges Schölle und wir holen dieses etwas, es weiß nicht, Fleisch, Gebäß, das Käse, und wir kommen zurück. und wir schmieren uns ein Schmier, das Käse mit Gebäß oder Fleisch, Nutella oder was auch immer, die ganz gerne hört. Okay. Hier haben wir ein Schmier gemacht. Super! Hier, was fehlt noch? Wir müssen uns unterholen, okay? Der Tisch kommt zurück an unseren Schneidersatz, wenn sie gekreizt sind. So. Hier drehen wir uns nachher noch ein Rät. Wir gucken immer ein Rät. und wir holen ein Püllover. Schupp! Und wir holen ein Püllover an. Hier fehlt noch eine Box. Also drehen wir uns noch längs. Wir gucken immer ein Länges Schölle an. Und wir holen ein Box. Und wir holen eine Box. Und wir holen eine Box an. Voila! Super! Und hier sind wir ungeduld. Und ich gebe es so, wir sind noch präts für ein Rät. und zu fangen. Der Tisch, wir kommen los auf ein Fäß. Und wir stehen. Und zwar stehen wir auf einem magischen Teppich. Und wir werden heute flähen. Und wir stehen los auf einem Teppich. Und wir spüren hier ein Fäß, ob das ein schöner Teppich. Der kann flähen. Und wir werden für das, wenn wir hier anfangen zu flähen, die Sonne sehen. Wir werden auch strecken wie die Sonne. Und die Sonne strahlen. Und die Sonne bewegen sich. Und wir strecken uns bei den Himmel. Wie die Sonne. Und dann ein bisschen noch jetzt. Und auf die andere Seite. Und dann bringen wir es hin auf den Boden. Die Sonne wirbt auch den Boden. Und dann kommen wir näher raufgucken. Und dann kommen wir näher raufgucken. Und die Sonne bewegen sich noch. Und dann bringen wir dem näher rauf. Super! Und hier bringen wir uns hin, bei das Herz. Das nennen wir den Namaste. Und wir machen uns ein so. Und wir wollen überlegen, wo wir hingehen mit einem Reis. Und zwar an der nächsten Station. Wir machen das Wasser. Wir machen uns auch ein ab. Und wir sehen, wir sind am Wasser. Super! Hier bringen wir ein Eben nur vier. Das andere ist noch hin. Das wird vier aus, als gedirbelt. Und das andere ist gestreckt. Hier strecken wir auch ein Arm. Parallel zum Boden. Wir gucken noch vier. Hier wird ein Hand. Und wir spielen, wie wir hier am Wasser sind. Okay? Wir stehen hier am Wasser. Vielleicht surfen wir. Wenn wir das schon ein paar probieren tun. Wir sind hier. Um Wasser. Super! Wir haben ein nice Balance. Auf. Und dann kommen wir zurück an die Gstundenposition. Und wir drehen uns auf der anderen Seite. Okay? Das ist immer noch einmal am Wasser. Aber wir surfen ein bisschen auf der Wellen. Auf der anderen Seite. Das ist die Arm sind nicht gestreckt. Wir haben das andere Bein gedirbelt. Und das dreht das Bein ausgestreckt. Super! Wir gucken uns über die Längshand an. Wir spielen das Wasser. Wir spielen die Wellen. Und dann kommen wir zurück an die Gstunde. Wir bringen das Feste zusammen. Und wir haben hier los ein bisschen an das Wasser zu gehen. Nicht nur, um das Wasser zu stehen. Wir legen uns hier auf den Bauch. Ganz flach auf den Bauch. Und hier werden wir hier schwimmen. Wir werden das Arm an das Feste bewegen. Okay? Stell dir schwer. Wir schwimmen hier am Wasser. Und wir haben hier ein paar Fische im Wasser. Wir schwimmen. Wir bewegen die Däume. Und wir bewegen die Beine. Und... Huch! Da ist das anstrengend. Wir gehen hier los. So los. Wärm. Wir bringen uns hin. Und an die Stelle rein. Und drücken den Boden auf die Wäsche. Hier geht ein Reis weiter. Ja. Wir müssen vielleicht gucken, ob wir das nicht vergessen haben. Hier am Wasser. Wir bringen uns hin auf den Boden. An das Feste. Und dann hier, wenn wir die Hüfte noch ab. Und wir bringen unseren Körper in die Form von einem Dreieck. Und wir schauen noch an. Für sicher zu sein, dass wir wirklich nicht vergessen haben. Oder nicht vergessen? Seht ihr sicher? Nein? Nein? Okay. Super. Dann bringen wir ein Feis noch vier. Hup! Und ganz los. Rollen wir ein Ropp. Und kommend zurück. Ah! Und in die Sturmposition. Und da bringen wir das nächste hin. Bei das Herz. Und wir machen das an. So. Wir konzentrieren uns auf die Dortmung. Und wir überlegen dort, wo das Reis weitergeht. Und zwar fliehen wir ein Loch auf eine Birsch. Oh! Eine Birsch. Wir machen ein Arm ist ab. Und wir sind hier ganz, ganz oben ab. Um Birsch. Wir stehen mit eisen Feis zusammen. Eis behen sie ganz richtig. Und ein Arm neben eisen Körper. Und wir fielen ein stark wie die Birsch. Und wir versuchen nicht zu bewegen. Okay? Und dann strecken wir das Arm. Nichts zurück bei eisen Körper. Und zwar bringen wir ein Handys zurück bei das Herz. Und Namaste. Okay? Wir machen uns an. Nächst so. Und wir überlegen dort, wo ein Reis ein hinbringt. Und zwar ist dort den nächsten Stopp am Busch. Und zwar mit ganz, ganz viele Beben. Stell dir die Beben für. Und wir machen uns an. Und wir bekommen dort selber ein Baum. Wir bringen ein Reis zum Fuß. So. Ab Zürichspitzen. Und dann bleiben hier beim Herz. Okay? Wir fangen hier an. Das Beben können hier ein Bösen auf die Seite. Und wenn du spürst, dass du hier wirklich stabil bist, dann kannst du das Fleisch vielleicht sogar ein Bösen mehr herabbringen. Ja, super. Aber du musst aber den Balance halten. Und du bewegst dich. Oder vielleicht brengst du dein Foss noch ein bisschen mehr herabbringen. Gut. Und dann trägt man dein Foss an die Beben. Ja. Und wenn du dich bewegst, das ist nicht schlimm. Beben bewegst dich nämlich auch. Laufen sich mal ein Esch an den Himmel zu strecken. Ja. Wir machen einen ganz, ganz großen, starken Baum. Und vielleicht guckt man sogar auch ab. Und dann könnte die Wand. Und die Beben bewegt sich. Auf einer Seite. Und auf der anderen Seite. Das bewegt sich. Ja. Super. Und dann ganz los. Brengen wir unser Foss nicht direkt an unser Arm. Und wir machen, wie man geniedert selbst, ob der andere Seite. Und dann brengen wir den anderen Foss. Der rechte Foss. Steigen wir ganz, ganz fest an den Boden. Für dich fängt man an, den Foss am Boden zu holen. Oder wenn du spürst, ja, ein Skandat. Dann vielleicht sogar den Foss ein bisschen mehr hinsch. Oder nach mehr hinsch. Und dann trägt man den Foss an die Beben. Wir fühlen uns ganz stark und stabil wie ein Baum. Wir bringen uns heute nicht direkt bei das Herz. Oder vielleicht strecken wir das Arm. Und dann könnt ihr nicht die Wand. Und vielleicht fallen wir aus der Poß. Und dann ist das gut nicht schlimm. Und dann kommen wir nicht direkt. Und wir bringen den Foss nicht direkt auf den Boden. Wir bringen uns das Herz. Wir sehen uns auf unseren magischen Teppich. Und dann stellen wir uns hier. Wir sind ein super Held. Und das kann irgendeine Person sein, die er kennt. Vielleicht aus deinem Mama oder deinem Papa. Oder irgendein Held, den du von einem Kannerfilmkind kennst. Lo, du baust den Held. Und wir machen uns ein, ab. Oh, super. Lo sind wir stark. Und wir bringen lo eh Foss noch vier. Und eh Beben noch hinsch. Dat Beben hei ausgedirbelt. Dat eine Beben ausgestreckt. Lo strecken mein Arm noch vier. Weil wir werden flehen. Wie ein super Held. Okay? Und wenn du willst, kannst du noch ein bisschen mehr nach vier gehen. Und lo bringen mein Arm noch hinsch. Wow. Und wir flehen. Wir gucken noch vier. Wir gucken noch vier. Und wir flehen. Und wir fehlen uns ganz stark. Superhelden. Die können nämlich alles. Alles, was du willst, kannst du machen. Und dann kommen wir uns zurück. Und dann machen wir das auf der anderen Seite. Die hast du drehst dich um. Bei den von deinem Toppen. Lo hast du auch noch die Beben gedirbelt. Und eh Beben gestreckt. Und ich strecke mein Arm. Und wir gehen noch vier mit unserem Körper. Vielleicht brengen wir das Arm. Nicht, wenn unser Körper strecken. Und dann noch hinsch. Und wir flehen. Und da läuft. Wow. Vielleicht verliert ihr auch die Balance. Und super. Und wir kommen nächstes zurück. Und mit. Gut. Gut. Brengen wir es hin. Näst ab bei das Herz. Wir sehen näst auf eisen magischen Teppich an. Wir machen eisen so. Lo. Werden wir uns verwandeln an deren. Und zwar. Wir machen eisen ab. Fangen wir an. An dem wir eisen ab der Borde setzen. Und zwar sehen wir ein Piperleck. Die ist mir brengend fest zu zoomen. Knäen ab. Wir haben hier ein Bein. Und an mir flehen. Wie ein Piperleck. Die ist. Du bewehst den Bein. Auf und auf. Auf und auf. Auf und auf. Genau so. Und du spürst. Weißt du. Immer mehr heisch. An der Luft fleiß. Sch. 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 Super. Gut. Von hier. Stell mal ein auf die Fäße. Mit weinen sind noch immer gediebelt. Und zwar sehen wir ein Loch. Ein Frosch. Ein Frosch. Das heißt. Ein Knäen sind ein bisschen ab. Ein Hän sind hier. Ander mit. Und was möchte ein Frosch? Den sprengt. Das heißt. Wir werden nur von der Halterpost an die Luft sprengen. Ein paar Mal. Das heißt. Wir atmen an. An. Wir atmen aus. Und wir kommen zurück. Ein nachher. Ja. Ein nachher. Ja. Ein nachher. Ein nachher. Ein nachher. Ein nachher. Ein nachher. Ein ganz leicht. Ganzher. Und wir kommen zurück. Vielleicht spürt ihr nur. Das Bein aber ein bisschen warm gehen. Wir sind hier auch warm. Und wir kommen hier mit unseren Hän und unseren Knäen auf den Tappi. Hier verwandeln wir uns an ein Katz. Und Katz. Und wenn du schon in Katz gesehen hast. Wir machen die. Die machen ganz rohne Reck. Die machen ganz rohne Reck. an eine Miau. Und wir machen meine Ronner Reck. Und wir machen miau wie eine Katz. Und wir machen miau wäre ein Katz. Und wir machen Reck. Und wir machen miau wäre ein Katz. Jetzt verwandeln wir uns von der Karte an eine andere Däge. Und zwar ist das ein Däge vom Dschungel. Und zwar ist das das stärkste Däge von all den Dägen. Und das Däge ist ganz gefährlich. Und zwar kommen wir jetzt auf unsere Knie und unsere Hände. Wir werden eine Otmung machen. Und zwar den Leif. Wir werden nur den Leif machen. Das heißt, wir gehen noch an. Und dann gehen wir noch vier. Wir machen das ein Ob anstrecken und die Zunge aus. Gut. Wir otmen an. Wir gehen noch an. Wir kommen noch vier an. Super. Wir machen das noch zweimal. Wir gehen noch an. Und noch vier an. Du willst die Zunge rausstrecken und dann ganz groß aufmachen. Wir machen das noch ein Kehl. Wir gehen noch an. Und an. Okay. Tipptopp. Das tust du ganz, ganz gut. Genau. Wir kommen hier zurück. Wir strecken ein Bein. Wir diebeln ein bisschen ein Bein. Und wir sehen noch ein Tiger. Okay. Und was möchte ein Tiger? Den geht zur Faust. Der Tisch. Wir gehen noch an. Uh. Bösen noch vier. Und wir gehen noch an. Und noch ein Kehl. Wir gehen noch vier. Und wir gehen noch an. Noch ein Leischkehl. Wir gehen noch vier. Und wir gehen noch an. An. Okay. Loh bregen wir ein Kleinen zurück. An ein Hennen. Und den Tiger, den wollen sich noch ein bisschen strecken. Tisch. Hier wird ein Arm an ein Bein strecken. Und zwar reiht sein Arm an das längsbein. Okay. Und den streckt sich. Oh. Und wir machen das so lang wie Meischisch. Und wir strecken uns. Und wir strecken uns. Und. Und. Wir lassen alles lassen. Und wir machen die eine Seite. Tisch. Und wir machen das so lang. Und so lang. Und so groß. Wie Meischisch. Ha. Okay. Super. Wir kommen das nächste zurück. Wir kommen zurück an ein Tiger. Und den wollen wir noch ein bisschen zur Fuß gehen. Natürlich, wir gehen nachher. Dann können wir noch vier. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Wenn ihr mehr Platz habt. Da könnt ihr auch noch an. Und noch ein bisschen mehr rumlaufen. Wie ein Tiger. Das geht mal. Und das machen wir noch ein. Englisch. Ja. Und wir kommen zurück. Okay. Super. Puh. So. 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 der Leif an den Tiger. Sieht ihr in der aus? Und die Mama ist an und dann machen wir nachher die Übung von dem Lieblingsdäher, okay? So, ich holen den Frosch, das du holst, was auch immer du am liebsten holst, und dann kommen wir nachher zurück, gleich müsst ihr den Frosch mit mir, und machen den Däher. Schuh, an Englisch gehen. Okay, super. Los kommen wir nachher zurück in die gestoeren Positionen, und wir sind noch nicht Son. Das ist ein M vom Dach. Wir strecken nach einem Kerl, weht Son, wir strecken ein Strahlen an den Himmel, ein Fangeren bewegen, sich, wir gucken rüber, bei den Fangeren, und dann machen wir das Arm ab, die Fangeren bewegen sich noch. Und los, los geht Son, öner, weil das dann ein von unserem Dach, ein von unserer Reis. Das heißt, wir kommen noch nächstes zurück auf den Tabi, wir setzen uns hin, und nun strecken wir uns nach ein Kerl. Das heißt, losstellt uns das vier, dass wir an unserem Bett sind, und du fühlst dich ganz, ganz mit. Wir strecken uns hin nach ein Läschte Kerl, ein bisschen von Seite zu Seite. Und dann, was muss man machen? Oh, wir müssen noch das Kledernis austauschen. Das ist, oh, ihr dreht ein Pülow aus, generiert es, bringt den Pülow zurück, und dann muss man eine Box austauschen. Wir holen eine Box, und wir bringen eine Box auf die eine Seite, noch links. Super. Hier holen wir unsere Püjama, die Püjama lehrt heute Uhr vier, und dann ziehen wir unsere Püjama hin, super. Und den Topf von dieser Püjama holen wir von hier oben, und dann nehmen wir den hin. Okay. Hier sind wir bald bereit, um an das Bett zu gehen. Das heißt, wir strecken hier ein Bein, und wir legen uns auf der Reck. Und wenn wir hier ganz gemütlich lehnen, strecken wir noch ein Läschte Kerl als Arme an ein Bein. Und wir machen das ganz, ganz groß, ganz, ganz lang. Gut. Und dann bringen wir das Arme neben unserem Körper. Und wir werden nach einem Kehr alle Muskeln benutzen, an einem Körper, der Tisch. Wir werden alle Muskeln in unserem Gesicht zusammenpötzen, ein Bein, ein Kicker, ein Bauch, alles. Wir spannen alles und, alles und, alles und. Wir atmen an. Und wir lassen alles lassen. Und dann finden wir heute die komfortabeste Position, den Arm gestreckt und den Bein gestreckt. Wir spüren unseren ganzen Körper hier am Boden. Wir spüren nicht, dass wir wirklich mit uns sind, nur den ganzen Reis. Und nun mit unseren Anzug, wird man nachher ein Kehr als Arme und all die schönen Sachen, die wir heute gemacht haben, während unserer Reis. Wir haben den Sonnen gesehen, eine ganz große Birch, ich stelle dir nur den Birch für. Dann haben wir ein Bösch gesehen, mit ganz vielen Beinen. Wir waren im Wasser, im Meer, mit ganz vielen Wellen. Und dann haben wir Däher gesehen. Ein Frisch, ein Piperleck, ein Leif, ein Katz, ein Tiger. Und, vergiss nicht, wir waren auch heute eine Superheit. Wir waren ganz stark, wir waren Courageis. Und du warst immer so stark und Courageis bei der Superheit. Du kannst alles erreichen, was du willst machen. Dann bringen wir die Hände auf den Bauch. Und wir spüren, wie der Bauch sich bewegt, wenn wir an- und ausatmen. Wir holen nun noch drei Atmungen zusammen. Wir atmen an, und der Bauch bläst dich ganz groß ab. Und wir atmen aus, und der Bauch entspann sich. Und nachher, stell dir für den Bauch als Ball. Und wir blösen nun den Ball ab. Ganz groß. Und wir atmen aus, und der Bauch entspann sich. Nachher, gleich kehren. Wir atmen an, und der Bauch bläst dich ab. Und wir atmen aus, und der Bauch entspann sich. Wir atmen an, und wir atmen an, und wir atmen an, und wir atmen an. An einen setzend Position. Das heißt, wir setzend heißt nächst, man hat eine Bauch gekreizt. Und du willst dir gucken, dass dein Reck ganz schön riecht aus. Das heißt, wenn du vielleicht ein bisschen so setzt, versich mal, als vier zu stellen, hier wäre ein Fütter. Und der Fütter geht durch ganz bisschen ab. Zählen, so dass dein Reck schön riecht aus an dein Kapp auch. Gut, ein Schöllerin, hier mal so ab, an, wir odmen aus, an, wir losen ein Schöllerin fallen. Gut, nachher kämen wir odmen an, Schöllerin kommt noch ab, ganz ganz heisch, so heisch wie menschlich bei den Ohren, an, wir odmen aus, an, Schöllerin fallen, ein ganz leisch kähe, wir odmen an, Schöllerin nach mir nur bei Schöllerin, nach mir nur, nach mir nur, nach mir nur, nach mir nur, odmen aus, an, wir entspannen, Schöllerin, super. Loh, beenden wir diese Kur, an, zwar, indem wir nichts an, bei das Herz bringen, an, also, Namaste machen, da tue ich mein Sohn und Adi, am Yoga mit mir sohn, Namaste. Tue ich mir werten, an, bei das Herz tun, mit beiden 1, nur 4, an, mir sohn, all zusammen, Namaste. Ich zählen bis 3, an, dann machen wir da zusammen, okay? Also, 1, 2, 3, Namaste, an, mir beigen, 1, nur 4. Wir kommen ganz löst, trick, an den gesetzten Positionen, an, ich sohn dir ganz viel Merci, hoit ganz viel Spaß gemacht, bis geschwinn. Namaste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017